damit geht es jetzt in die dritte runde dritte runde wo wir beginnen hier bei rapid king allen hinab ja alle verlor die ersten zwei spiele gegen rom und gegen leo 4 zu 0 jeweils rapid gewann 2 zu 1 gegen barca 7 zu 2 gegen ajax und denen fehlt nur ein punkt dann sind sie durch weil hilal hätte gerne mal einen punkt so ja noch kein tor geschossen sind wir eigentlich auch und das haben wir schon dass die italiener weiter wua wua Vielen Dank. Vielen Dank. In Joke. Oh, Scott. I got that. 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 Yeah. 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 So hot. Yeah. Yeah. und abit bleibt so sehr gut jetzt sieht es auch nicht gut aus für die sinnte teilnahme am achten finale hier bleibt man auch so wie man ist ausgleiche langjähriger spieler von monaco hat jetzt ihren nächsten schritt gewagt wobei nächster schritt kann man nicht so sagen weil monaco ist glaube ich da erfolgreicher von den spielen her aber er suchte herausforderung und nimmt sie auch an so ja 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 Amen. Oh, stark, danke. Oh, Carino. Oh. Noch einmal Carino. Schöne Solo hier. Schöne Solo hier. Schöne Solo hier. Schöne Solo hier. Oh. Oi. Oh! 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 So, gut gekämpft hat er, ein Tor hat er geschossen, brav, er geht jetzt. Dann bin ich. Dann bin ich. Dann bin ich. Dann bin ich. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Bitter jetzt für alle Langen. Haben wir gut mitgehalten, haben sich eigentlich den Punkt hier verdient, meiner Meinung nach. Aber schauen wir mal, noch ist es nicht aus. Ein paar Minuten geht es noch. Dass keiner nachkutscht. Schade. Letzte Chance vielleicht hier noch. Nein. Habe ich nicht mehr weggebracht in die andere Ecke. Verziehst du ihn oder was? Ich probiere es. Warum? Na ja, man sieht ja glaube ich, wo er hinschießt. Nein. Schade. Zu. Schwach auch geschossen. Huh. Für Rapid. Glück natürlich jetzt auch zum Schluss noch. Hilal, bitte. Sind auf jeden Fall fix durch.